Hallo Leute, wir sind von Paladins und heute haben wir dafür mal gespielt, nämlich ist etwas interessant, was ihr bisher auch gleich sehen könnt und ja, die Paladins spielen wir ja, wieso ich meine, nämlich, sind, also seitdem, ja, alle Charaktere verfügt, war einfach, also, los mit dem Memes, ich spiele, äh, komm, ich nehme Io, das kann witzig werden, alle Leute, einfach, alle Charaktere sind da, und, äh, ich habe den Outlook-Plan geändert, jetzt, äh, 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 relativ viel, und dieser Outlook-Plan wird, also ich will probieren den bis zum Ende meiner Sommerferien, das heißt noch ungefähr einen Monat, so, ich glaube, es ist, äh, 18. oder 19. der Klammer, wo ich in die Schule gehen muss, und, äh, ja, deswegen halt, ungefähr einen Monat halt, dann ist ja aktuell der 90. 90. und, ja, das heißt, der Outlook-Plan wird halt jetzt hoffentlich in den nächsten Monat erhalten, für einen Monat halt, aber ja, auf jeden Fall der Outlook-Plan, äh, ist, äh, wie folgend, also Paladins um 16 Uhr, wie man jetzt ja merkt, weil ihr gerade die Folge schaut, ne, ne, dann, äh, um, äh, 18 Uhr, ähm, wie suli, fühlt sich, wenn ich, ich kenne, FNAF, ich die abg enrichen für uns also freundlich wirkliche Frage ist, ja, normalerweise, kennt jeder, aber ich gehe auf, und sicher, dann dienstag, werdet 16 Uhr, Paladins 18 Uhr, ja, attribute direkt am, äh, nächsten Tag, ja, so, schon wieder Paladins, da mittwoch fortleid und, äh, um 16 Uhr, halt, und dann vielleicht um 18 Uhr, dann, werdet, äh, donnerstags, äh, werdet, 16 Uhr, äh, werdet, also, beim Donnerstag, werdet 16 uhr und fnaf 18 uhr dann freitag paladins 16 uhr und ford 18 uhr dann samstag werdet 14 uhr und und ford 14 uhr vor 16 uhr ich überlege gerade ob ich vielleicht nicht irgendwas austauschen nachdem also hat sie gesagt samstag freudet 14 uhr von 16 uhr und sonntag porno dienst 14 uhr nach 8 uhr ich könnte nach diesem video selbst auf meinen kanal nicht vorgehende rechten kanal den upload plan genau anschauen hat aber ja da ist der neue aufgabe der jetzt normalerweise einen monat halten sollte hier so hat das ist schlieb ihr wegen der geschwindigkeit einfach sieht er wie schnell die schießt gut das schon ein kabel daran muss wartet okay geht sie eingenommen nice go 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 ich glaube die links gemaußt dass der attacke holz ist sehr für mails oh scheiß ich habe mich so weit zurück geschossen genius das bin ich ich glaube kronos wäre gut und das ist eine mails ich glaube ich glaube ich merke ich absolut ein profi immer Oh, jetzt. Aber deswegen gebe ich diese X-Takre. Oh, yikes! er wusste ich war bereit aber ich habe warte wie ist die ulti von hier noch einmal nein ich hab dich gesehen okay ich weiß aber jetzt wie die ulti geht ungefähr als selbst das hätte ich sie zum beispiel hier eingesetzt hätte ich aber richtig viel komme meine rücken was ist da los verdammt noch eins haben ein scheiß rücken kratz kratz wie verrückt ist auch mein hals ist in der löschen entschuldigen mich auch das gestern für keine vorteil folgungen kommen ist aber irgendwie hat die aufnahme datei so richtig viel faxen und ich wollte irgendwelche sprachen was ist mit meinem rücken los denn das ist ja nicht zu fassen kann ich kaum konzentrieren der scheiße da meine fresse oh ja oh gott eliminiert dieses ding meine ulti war jetzt ziemlich nützlich okay der ist fast auf geht da und rechts gut gut war nicht gut tschüssi ja geht halt nicht auf mich ah komm was ist das du oh mein Gott Okay, ein Hit Also ich hab glaub ich den Sprachschalom Audio Ja So, mich meine Mates nicht mehr nerven Tschüssi Und ab Ja gut, keine Chance Majority ist ja richtig scheiße Ich dachte wieder jetzt übel sich schade, aber scheiß macht die Nein, Maeve nur rumringen, ah scheiße Ja, ich glaub IO ist nicht grad die beste für mich Aber ja Ich muss ja mal nach unten ansteigen, was der eigentliche sie machen Aber jetzt so alt Charaktere versuch ich versuch'n Holy shit 5, 4, 3, 2, 1 Gooo So, den fehlt noch ein Punkt So, den fehlt noch ein Punkt Ich hab selber getroffen Ist mir doch scheißegal Musst du da öfters mal benutzen Ich bin nicht Oh Gott, hallo wie geht's Huh Na, ich glühb nicht, dass es fürnötig ist Ja, 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 keine Chance Ich bin doch gar nicht mit ihr Spielengemerkert das eine ulti ist auch ein wenig krass ich bin doch nicht so stufe 15 okay so da mir spiele ich habe alle die aktive ich dachte nur das technische noch die also ausgestattet jetzt noch prächtig leger ich frage ich mir mal zunächst nehmen heute gerade für den reich passen ich glaube ich ging anfangs oder es gibt eine gute runde habe ich weiß nicht jetzt gibt es halt so viel ausweiter oder wird es meinen deutsch aus ich mache mal so lieb zu sein in booster und ich muss mir glaube ich meine nachmittagszeit nehmen und durch alle durchzugehen und was für die welt zu mir passen naja sind aber das kann man aber ich glaube ich mache das morgen weil heute haben schon vor noch ein wenig aufzunehmen und heute die videos noch zu korrigieren von meinen videos und der spieler war tausend videos also dass dort lange naja wie sind es mit namen aus 28 37 37 27 gott sein der zombie dein beim nachladen abgefeuertes projektil explodiert nun und verursacht flaschen schaden ok dann fisch könnten hier also erzeuge ein list des ob uns der aus dem zwei sekunden tattakel rausschneid und im gebiet 4000 schaden von 4.000 gesuchte hauptbitte feuerer alle das war ja auch junge eure drei projekte nach zwei sekunden ich sollte eine durch gewohren ab und die getroffene gegner 800 schaden zu sieben zieht sich das würde ich hätte ich beteil total auf sich in den jahren ja es ist ja gar nicht okay gut hat seine 10.200 dp aber meiner fresse ich kann einfach rein durch die turniere anschießen ich habe jetzt ich habe ich zurück mich vielleicht ich habe dich Ab ich Leg dich nicht mit dem Arm, Alter Ne, das Zeichen... Okay... Oh, yikes! Lasst mich los! Lasst mich los! Was hat das denn da zum Bock? Egal, ich hab ja immer nur gebraucht Äh... Was tut? Ich hab wieder... ich glaube lebensgriss würde übelst okay sein die hikes einfach nur bei ihm aber wirklich die runde sieht das sind alle meine allerersten runde von heute also wurde das nicht es ist schön würde die exklusiv durch die bombe durch die wände gehen aber durch die bombe habe ich halt bombe gesagt erst sehen kann das sein leider schon nicht bereit dass er zu schön ja ich bruder ja ich darf ich wie schade ich aber auch machen ja ich bin ein wenig die fähigkeit nicht also feuer dann kuh ist für diese schleudern durch die koffen gegen achtung ist ja okay und halt portale schreibt mich ob der diese portal eine distanz haben also die unendliche weil ich von einander entfernt können sein oder es eine bestimmte reichweite gibt also wir für das hier kein portal kann setzen aber was zu schreiben dieses brutal ist das nur betritt war für mich oder noch meine mails benutzen das ist die frage ich habe ich schätze einfach mal egal 1 ich schreibe mich ob diese portale bleiben wenn ich sterbe oder wenn sie weg sind okay wenn ich die user sind sie weg interessant kommer bulli hat ich alter ich kann so gut mit der wende mit der wand sie bei dem spiel k ojax alle ordentlich das kommt er geht nicht zu kämpfen wenig schild glaube ich ja ich glaube kronos hätte ziemlich gut bei mir er kann sparen bitte danke hallo nach heute das nervt mich schon mal so spät könnt ihr schon mal die hallo noch heute warum wird das noch mal da vorne schon ja ich sage ich mache so viel schaden aber wir haben zwar verloren aber egal wenn das meine erste runde ich bin noch gar nicht gewesen aber er könnte gut die körperlich noch spiele werden da muss ich besorgt sind so viel wie ich weiß ich glaube einer für die sich die welt wahrscheinlich auch ich feiner ja da bin ich ja hallo wie geht's aber auch nur relativ zufrieden der folge zur abschäde noch mal streckt zum nächsten projekt über den schlaf das kann etwas werden ich hoffe nicht dass ich einfach so schrecklich stuhl und das ist ja ja dank wirst du schon bis jetzt bei der nächsten folge